Hi YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Heute haben wir uns an Oh Deer getraut. Das ist ein kleines süßes Game, wo es einfach darum geht, der unauffälligste NPC zu sein und bloß nicht vom Jäger gefangen zu werden. Viel Spaß bei dem Video. Kuss, kuss. Warte, wie verhalten sich Rehe? Wie verhalten sich Rehe? Sie laufen immer auf zwei Beinen und haben permanent Durchfall. Ich glaube auch. Der Durchfall? Oh, ich hab Hunger! Ich finde uns richtig süß. Das ist krass. Also, Hunter ist eh gleich so schnell raus. Oh. Aua. Ich wusste nicht. Oh, das hat nicht geholfen. Je, was ist das? Ich bin auf jeden Fall nicht raus. Was müssen wir machen? Ich bin auf jeden Fall nicht raus. Ich muss eher ins Haus zurücklaufen. Ich bin halt auch einfach ein kleines Kind. Ich bin halt auch kurz und so lustig. Sina, danke fürs Kommentieren vom Video. Hallo, Lansi. Boah, Ray, guck mal, hier sind vier Pilze in einer Reihe. Weg, weg! Ich brauch noch einen Essig. So ist es nicht, ja? Ich wurde gedötet. Einfach geschlachtet. Kann mich jemand... Kann mich jemand wiederbeleben? Kann jemand erst Hilfe, Luna? Nee, kann man nicht. Bitte. Hör auf, meinen Arsch zu essen. Hey! Luna! Ich hab' den Gebrauch gebraucht. Scheiß nicht weg! Los, forz, forz! Forz, forz, forz! Oh nein. Nein, ich hab' doch kein AIM. Hallo. Oh, ey. Ich hab' den Scanner, wo der Killer ist. Hallo. Was macht Ehe? Ähm, wir wissen, äh, ich glaub' Scanner oder was, was ist das, Fan? Das ist so unfair. Was soll ich denn da haben? Junge, ich treffe doch nicht. Du Schwein! Komm, ich bring runter. Oh mein Gott, ich schreie auch! Mama! Ja, wärst du nicht aufgesprungen! Aha! Ich bin nicht gewernt. Uiihihi. Nicht zur Scheiße. Uiihihi. Hey, ich häng an nem Reh. Ich häng hier an. Mann, hier kämpft nem Reh. Okay, alles gut. Nee. Ich lass dich nicht direkt machen, Luna. Ja. Ja. Oh mein Gott. Gut und selbst? Mir geht's super. Ja. Weiß nicht. Ich prob' jetzt mal aus. Du bist tot und du stirbst. Derb ich auch? Nee. Oh doch. Oh mein Gott. Aber... Mann, die. Waaah. Leider. Pilz, 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 Pilz. Ah. Oh, Jumpscare, Junge. Der hat so gemammt. Brauchst du das? Tag weg. Oh, sorry. Geh weg. Nein. Ah. Komm, wie in Velo los. Zieh. Oh. Ich wollte halt sagen. Ich hab' gar nicht gesehen, dass Tom zu dir gesprungen ist und dir gesagt sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's noch nicht gemacht. Lass mich! Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Und ich krieg ne Bewerbung rein. Aber ich krieg die Bewerbung mit dem... Mit dem Anständnis von einem der Firma. Ich kann's dir nix tun. Oh mein Gott. Alles gut. Ja, erzähl ruhig. Alles gut. Ja. Du musst dir vorstellen, du bist ne Firma und du... Du kriegst ne... Hoppla. Ich hab's nebenbei mit nem Kollegen am Telefonieren und so. Und da ist man so ein bisschen... Oh nein! Auf jeden Fall bützt du dich so komisch. Ich brauch dringend einen Pils! Hier sehen sie einen Jäger. In seinem Element. Er trägt rot, um keine Aufmerksamkeit im grünen Wald auf sich zu ziehen. Er bewegt sich schnell und leise. Mit seinem sehr lauten Klackerbogen. Und seinen Piepfeilen. Plötzlich bekommen alle Rehe in seiner Nähe Diarrhoe. Nun sehen sie einen spannenden Eins-gegen-eins-Kampf mit zwei weiteren Rehen auf einmal. Wow, das ist so spannend! Wie macht ein Reh? Oh mein Gott! Wer fliegt da keine Dreh? Was geht jetzt aber hoch? Ahhhh! 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 Phil, du musst deine Hose ausziehen. Oh, hey, hey, hey! Warum? Ich mach die Regeln nicht. Ich hab gehört, Timon schon nebenbei am Cutten für ein Oh-Dir-Video. Äh, kommt tatsächlich, ja. Entschuldigung. Manni, das war ein falsches Ding. 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 Manni, das tut mir ja sehr leid für dich, Manni. Au! Nein! Jetzt müssen wir nicht glauben. Alles jetzt bitter. Oh. Boah. Rar. Hallo! Kannst du weggucken? Ich hab keine Hose an. Ich guck rein. Oh. Oh, ich muss das ganz arg niesen. Mach doch. Lauf dabei einfach weiter. Ohne zu kurz. Ahhhh! Ahhhh! Es ist so krass, wie hässlich dieses Game ist. Treff nicht! Hallo! Oh nein! Luna, nein! Woist mich? Woist mich hier? Nein. Woist mich hier denn? Noch einer hats Court. Okay. Oh G op! Ne you. In der Hand. Ach. Oh ich hör nicht. Oh nein! Auch nicht. Recht mich, Freunde, recht mich. Nein, 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 Jesus Christus im heiligen Himmel, bitte lass uns die abgemogen. Du bist so warm wegen diesem PC. Ich muss kurz meine Oberlippe abtrocknen, Chad. Oh nein! Du wirst weggemacht. Du winkst! Es sind schon wieder nur noch Phil und Torben. Und mein extrem lauter PC. Wo sind sie nur? Ich bin nicht weg! Und plötzlich wurde es Nacht im düsteren Wald. Ach, fickt ihr euch doch einfach. Ja! Okay. Das war mein Jagdschrei. Leute, wir sind wieder. Seid eins mit dem Reh und er wird euch nicht sehen. Ich bin ein Schwein. Nee, er wird mich nicht sehen. Ja, die blöde Falle geht nicht auf. Ja, das... Das hat sich auch gerade... Ja, hast du gedenkt, hast du gedenkt, hast du gedenkt? Ja, ich hab nichts mit dir gesprungen. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Endo! Du bist Doppel-D. Doppel-D hast du in deinen Namen. Aber ich bin nicht mit dir gesprungen. 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 Ich bin nicht mit dir gesprungen.